was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute mal im test eine relativ dicke xplode batterie wir haben hier die chaos von xplode wir haben eine satzmenge von knapp 400 gramm 30 millimeter und 20 sekunden brenner bla bla 24 schuss ja ich würde sagen wir testen das ganze teil einfach mal und schauen was das drauf hat ja die low budget batterien von xplode sind sehr sehr gut für den preis schauen wir mal was so ein dicker klopper drauf hat und dabei jetzt viel spaß so 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 so